Für die Jazzrausch oder Alkemein? Das verrate ich nicht. Sieben Stunden am Tag. Alle sieben Tage eine Stunde. Nichts. Also sehr selten. Sieben Stunden am Tag. Eine halbe Stunde am Tag derzeit. Sehr wenig. Es kann sehr unterschiedlich sein und zwischen null und ein paar Stunden. Schwanken am Tag. Baby-Sippen? Gar nicht wirklich. Zero. Wenig. Eigentlich gar nicht mehr. Außer auf der Bühne spielen zählt auch als üben. Ich versuche auf jeden Fall so viel zu machen, wie ich kann. Also ich übe sehr wenig im eigentlichen Sinne, wo ich wirklich ausschließlich übe. So viel wie nötig ist. Also Kabelwickling übe ich täglich. Mischen zweimal die Woche. Schlagzeug spielen einmal im Jahr. Viel. Meistens so drei, vier Stunden am Tag. Ich übe sehr viel. Jeden Tag. Mehrere Stunden. Nein, wenig. Zu wenig. Zwischen null und acht Stunden vielleicht auch mal. Mal.